Lass mich versuchen, dir die Dassault-Ville-Formel in 60 Sekunden oder weniger zu erklären. Denn bis heute ist die Dassault-Ville-Formel Ausgangspunkt dafür, herauszufinden, ob eine Maßnahme gleicher Wirkung im Sinne von Artikel 34 AIOV getroffen wurde. Die Dassault-Ville-Formel ist unglaublich weit. Wir schauen uns zusammen die Definition an. Nach der Dassault-Ville-Formel ist eine Maßnahme gleicher Wirkung eine solche, die unmittelbar, mittelbar, tatsächlich oder potenziell den europäischen Binnenhandel behindern kann. Gedanklich kannst du die Formel mit dem modernen Eingriffsbegriff aus den Grundrechten verknüpfen, mithilfe dessen der Grundrechtsschutz erweitert werden sollte. Und hier ist es genau umgekehrt, wie wir gleich sehen werden. Dadurch, dass die Dassault-Ville-Formel auch alle mittelbaren und sogar rein potenziellen Behinderungen erfasst und damit eine gegebenenfalls willkürliche Prognoseentscheidung erlaubt, ist der Schutzbereich der Warenverkehrsfreiheit extrem weitreichend. Das hat also den EuGH dazu veranlasst, im sogenannten Keck-Urteil die Dassault-Ville-Formel teilweise wieder einzuschränken. Auf die Keck-Rechtsprechung musst du immer dann nicht eingehen, wenn die Maßnahme gleicher Wirkung erkennbar nicht lediglich Verkaufsmodalitäten betrifft, sondern den Marktzugang selbst behindert. Und für diese Fälle, wo wirklich der Marktzugang selbst behindert wird, gilt die Dassault-Ville-Formel uneingeschränkt fort.